Hiho, hier ist die Crazy Mama. Da sitze ich hier bei meinem schönen Beinwell im Garten. Das sind die wunderschönen Blüten, die ich gemeint habe. Ja, es ist jetzt so ungefähr Mittag und ich habe hier mein Getränk. Das habe ich mir heute Morgen aus Estragon hergestellt, hauptsächlich. Chicorée, zwei Bananen, also ich habe vier Plättchen Chicorée genommen, zwei Bananen, einen kleinen Strang Estragon, Limettensaft, Wasser und vier Hanfblätter. Und heute Morgen konnte ich das noch gar nicht trinken. Das war mir zu intensiv. Mir ist auch richtig schlecht geworden von diesem krassen Estragon Geschmack. Und jetzt um Mittag, ja, habe ich richtig Hunger und werde das da jetzt erst mal als Vorspeise zu mir nehmen. Also, das ist ein Hanfblätter Experiment, Hanfblätter Estragon Smoothie mit Banane. Den lasse ich mir jetzt schmecken. Bye, bye. Bye, bye. Bis denne. Bis denne. Love and peace. Love and peace.